hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei sein in diesem video geht es mal wieder um den smart home deal des abends heute mit einer super 360 kamera für den innenbereich dreifach optischer zoom die e1 zoom von riolink standardmäßig für 90 euro heute für 63 euro wenn ihr sie haben wollt seid auf jeden fall schnell und nutzt das aus link zum angebot ist für euch unter diesem video in der infobox und dort gibt es auch noch mal alle technischen details und wir schauen uns jetzt einmal zusammen an was die e1 zoom von riolink so alles leistet eine kamera mit 360 funktion ist ja nichts neues grundsätzlich auf dem smarten überwachungsmarkt allerdings hier mit zoom funktion und das gleich dreifach optisch damit hat riolink in diesem preissegment damals ein komplett neues spektrum aufgemacht was die e1 zoom auszeichnet ist dass sie komplett auf der normalen e1 basiert der 360 in anführungszeichen also 355 grad smart home kamera die riolink schon lange auf dem markt hat fertigung daher wirklich top design meiner meinung nach richtig gut und natürlich großer vorteil nicht nur die drehung um 355 grad funktioniert sondern auch die neigung um 50 grad funktioniert hier absolut reibungslos dadurch habt ihr eine perfekte bewegungserkennung und könnt diese kamera selbstverständlich ohne probleme innerhalb weniger minuten in die riolink app einführen habt ihr das einmal gemacht kann es auch schon losgehen selbstverständlich hier ist die sensitivität einzustellen hier könnt ihr auch ganz generell push benachrichtigungen alarmieren dass ihr natürlich dementsprechend immer etwas bekommt wenn eine bewegung erkannt wird und könnt die kamera von überall in der welt fernsteuern was direkt zu beginn dann auffällt ist dass man hier eine sehr sehr gute bildqualität hat wirklich hervorragend finde ich hat riolink das gelöst und vor allen dingen aber auch im zoom extrem gute schärfe ebenso in der nachtsicht auch das hat der e1 vorgänger schon sehr gut hinbekommen aber hier habe ich so ein bisschen das gefühl bei der e1 zoom hat man das ganze noch mal verfeinert speichermöglichkeiten wie immer bei reolink einmal über die speicherkarte über den optionalen cloud speicher und dementsprechend natürlich auf dem mobilen endgerät was mich allerdings hier bei der e1 wieder begeistert ist natürlich wie nahtlos sich das ganze in das reolink system einfügen lässt natürlich gibt es auch zwei wege audio für alle die es nutzen könnt ihr hier natürlich über die kamera dementsprechend kommunizieren und auch das funktioniert über die app unproblematisch und vor allen dingen habt ihr den riesengroßen vorteil ihr könnt nicht nur kommunizieren sondern könnt selbstverständlich das ganze dadurch auch als gegensprecheranlage nutzen ich persönlich bin großer fan die e1 zoom für 63 euro auf jeden fall ein sehr sehr guter preis wenn ihr sie haben wollt heute im deal des abends dann nutzt das aus link wie gesagt zum angebot ist für euch unter diesem video in der infobox dort gibt es auch noch mal alle technischen details und beifragen gerne alles bei telegram in den discord oder gerne auch in die kommentare schreiben und ich versuche so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten ich hoffe natürlich dieses video hat euch gefallen lasst mir gerne hier auf youtube ein abo da wenn es euch gefallen hat sehr sehr gerne auch die glocke aktivieren dann seid ihr immer auf dem aktuellsten stand in der infobox findet ihr alle kanäle unter anderem auch den discord selbstverständlich werden wir auch dort exklusive deals teilen deswegen lasst auf jeden fall dort auch einmal einen besuch da und natürlich würde ich mich unfassbar freuen wenn euch dieses video gefallen hat wenn ihr mir hier auf youtube ein abo da lassen dann verpasst ihr nichts mehr jeden tag in der woche gibt es alle aktuellen deals reviews und natürlich auch alle news aus der smart home und technik welt deswegen gerne ein abo da lassen und ihr seid immer auf dem aktuellsten stand bis dahin wünsche ich euch alles alles gute passt gut auf euch auch bleibt gesund und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video ciao